Ja, willkommen zu Dragon Age Origins. So, dann können wir ja jetzt hier, nachdem wir wieder schön ordentlich viel Platz in unserem Inventar haben, gucken wir nochmal, ob wir hier soweit alles haben. Ja, hier kommen wir nirgendwo weiter. Auf der anderen Seite haben wir ja alles geplündert. Wir können uns natürlich auch hier diese wunderschöne Möchtegernkugel oder was das auch so ist, angucken. Ja, da können wir einen schönen Blick auf eine schöne eingerichtete Empore oder was das ist, uns angucken. Aber nun gut. Dann geht es mal hier weiter. So, sichtlich ist ja hier nichts was Tolles, Interessantes zu sehen. Wir können ja auch mal hier hinten gucken. Aber hier hinten ist auch weiter nichts. Um weiter zu kommen, muss man hier auf die Pfütze gucken und siehe da, Bau der Werwölfe. Also die scheinen hier ein tauchbegeistertes Völkchen zu sein, dass die hier immer einen Weg zum Tauchen haben. Dann wollen wir mal auch da durchtauchen. Uh, flop. Hoffentlich ist der Weg nicht zu lang, sodass uns die Luft ausbleibt. Oder? Wind hat einen guten Zauber parat. Aha. Jetzt haben wir alle Erfahrungen gesammelt. Hippie yay. Verzerrter Toter. Skelett Toter. Was haben wir hier? Oh, nochmal Galle. Super. Ähm. Wir haben ja 16. Mal sehen, vielleicht kriegen wir ja, äh, noch ein bisschen, naja, Skelette haben ja die Galle nicht. Aber ich glaube auch nicht, dass wir hier die Galle zusammen kriegen. Wenn nicht, dann, äh, nein, ich will nicht. So, dann haben wir hier Skelettbogen. Noch eine Rune. Sehr schön. Ähm, was haben wir denn hier? Oh, wir haben hier mal Wehrwölfe. Sehr schön. Und dann haben wir hier noch einen Toten. Auch Galle. Super. Dann haben wir ja 18. So, aktualisiert. Du hast 18 Proben Leichnamgalle für die Kirche beschafft. Bringen sie zur Anschlafstafel des Kantors und hol dir deine Belohnung. So, und damit haben wir halt den Höchst, also, äh, diesen Bonus praktisch. Äh, man kann ja auch schon mit weniger Galle, äh, die Aufgabe erfüllen. Aber das ist halt das Beste, was man, äh, machen kann. 18. Und wir haben das zusammen doch noch gekriegt. Gut, dass ich bis jetzt gewartet habe. Ich stand ein paar Mal kurz davor. Ja gut, geben wir es doch ab. Aber gut, dass ich gewartet habe. Jetzt hat der, äh, auch nur Gold dabei. Gut, dann speichere ich das jetzt auch so mal direkt ab. So, gut. Sehr schön. Ja, hol mal Wölfchen. So, und ich glaube, jetzt ist es auch besser, wenn es der Raum ist, den ich vermute. Dann bleiben nämlich jetzt, äh, die Leute stehen. Und zwar, und wir platzieren die mal, äh, Liliana, du gehst mal hier hin. So, aber blick nach da. Win, du kommst genauso auch hier hinten hin. So, mit Blick nach vorne. Alistar, du nimmst mal deine Position hier vorne. Wölfchen, du hier. Hundi, du kannst Alistar und uns hier mit unterstützen. So. Nämlich hier seht ihr halt ganz viele Bärwölfe jetzt. Das ist gut. Jetzt kommen sie nämlich. Wir sind ja auch schließlich jetzt in ihrem Bau. So, wir versuchen die einen nach dem anderen. Ja, ja, knurrt mal. So. Da haben wir den ersten Schattenwolf sogar direkt. Gut. So. 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 Gut. Äh, hier drauf. Äh, Alistar, du kannst schon mal auf den drauf. Äh, Akela, du kannst auch auf den, aber hattest der eigentlich auch. So. So, da kommen die nächsten schon. Gut. Ähm, wir gehen da drauf. Alistar, du nimmst dir den vor. Äh, mit Akela am besten zusammen. Und Wolf, du gehst bitte... Äh, schon mal auf den... Das sind ja anscheinend drei Bärwölfe. Ach nee, der eine geht ja down. Genau. So, dann gehst du damit drauf. So. Ähm... Äh... Winn, du schießt jetzt mal bitte auf den. Will, ähm... Liliana. Ach, sind doch drei Bärwölfe. So. Ach, der Schattenwolf. Gut. Ähm. Äh. So, äh, gut. Ähm. So, Winn. Einmal versuchen ins Gefängnis. So, dann gehst du jetzt mal da rüber. So, und jetzt auf den. Ähm. Wölfchen. Ich brauche dir Hilfe. So. Gut. Ich hoffe, das war's jetzt erst mal. Genau. So. Äh, dann nehmen wir mal jetzt hier ne... Ähm... Verletztenausrüstung. So. So, dann müssen wir aber wieder... ... auch Momentum drauf. So, du musst dann jetzt wieder mal, ähm... ... die telekinesischen Waffen abschalten. ... und du dein... ... und du dein... ... Lied. So. Wie geht's unserem Hundi? Ähm... ... du kannst einmal da vernehmen. So, gut. So, dann plündern wir mal hier... ... die Wärwölfe schon mal. ... so, in der... ... Hoffnung, dass dann jetzt... ... möglichst schnell unsere Leute ihre Sachen... ... die haben hier aber Geld... ... schön dabei... ... so, ihre Sachen halt starten. ... so, die telekinesischen Waffen sind an. So, dann kannst du mal wieder hier herkommen. ... so... ... Liliana, du kannst das Liedchen trillern. Sehr gut. Dann ist alles wieder an. So, und erneut stellen wir die... ... Leute... ... richtig. So, Wölfchen geht hier hin. So, schön. Äh, da hin. Okay, da steht auch so einigermaßen okay. Wenn nicht, dann locken wir jetzt... ... die nächsten... ... an. Immer schön einer nach dem anderen. So. Eine raffinierte Falle. So, kommt mal. So. 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 Das war der... ... Wehrwolf. So. Aha, da kommt. ... der nächste. Angewetzt. So. Und... ... 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 THE never JJ Voilà, so... Dann haben wir das auch direkt zugeordnet. So. Sehr gut. Dann sehen wir zu, dass wir die nächsten heranlocken. So. So. Ja, da kommen sie. So. Und da ist der nächste Schattenwolf. Wir nehmen uns den Wolf aber machen. So. So, dann du. Sehr schön. So. Gut. Da liegen die nächsten Werwölfe platt vor unseren Füßen. So, dann gucken wir, ob noch ein weiterer Werwolf hier rumgammelt. So, oder... Ja, ein Schatten-Werwolf schätze ich mal. Da ist der auch schon. So, dann kommt mal jetzt alle hierher. Ach nee, wartet. Ähm. 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 Du bleibst hier. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein, nein, nein. Ähm. Die könnte... So. Ähm. Ihr könnt... Hier hin. Du da hin. So, mal sehen, was passiert. So, dann kannst du... Hier hin. Okay. So. So. So, Win. Du könntest ihn dann ins Gefängnis stoppen. Was? So, greif jetzt an. Das müsst ihr mir nicht zweimal sagen. Verdammt. So, sehr gut. Da hat das Gefängnis... So. Gut. Wenn sie jetzt... So. Hat das bei uns auch was gebracht? Nein, wir waren... Äh. So. So. Ja, jetzt müssen wir natürlich... Ups. Anscheinend hat's... Ja, es hat doch was gebracht. Sehr gut. Ähm. Ähm. So. So. Du musst auch wieder dein Lädchen gleich trellern. Und du musst die Arkanen Waffen wieder mal gleich aktivieren. So. Wir können in der Zeit hier die Fallen entschärfen. Und dann können wir auch die ganzen Wehrwölfe, ähm, plündern. So. Keiner ist in die Fallen getappt. Sehr schön. Achso. Dann können sie ja jetzt auch wieder frei rumlaufen. So. Dann haben wir hier einen Sack. So. Tiefenpilz. So. Und damit ist auch wieder alles schön aktiv. Achso. Was haben wir denn da? Lied des Heldenmuts. Und Lied des Mutes. Wir haben ein Lied des Mutes. Ähm. Ja, Lied des Mutes. Ach, dann muss ich das bei Liliana in den Taktiken einstellen. Liliana. Ähm. Lied des Mutes soll sie trellern. So. Gut. Ähm. Dann trellern wir mal das Richtige. So. Sehr schön. So. Jetzt ist das so. Gut. Gut. Dann erstmal hier hinten aufräumen. Tollwütiger hat Fell für uns. Schatten hat auch nur Fell für uns. Dann du Wölfchen hast Kohle für uns. Auch sehr nett. Und du hast auch Kohle. Sehr schön. Das ist nämlich ein ganz schön heftiger Raum auch. Äh. Wenn man halt einfach planlos hier rein stürmt. Da hat man ganz schnell alle Wölfe auf einmal. Und dann ist es sehr, sehr schwierig das wieder hinzukriegen. In den Griff zu kriegen. So. Na los. Gut. 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 So langsam sieht es ja mit unseren Heilsachen so einigermaßen aus. So. Und du Schatten. Hast Salbe und sowas. So. Dann gib mal die Truhe. Also, ja, die Truhe ist immer so eine komische Sache, die zu erwischen. Da. So. So, Lederhelm. Auch wieder mal was zum Verkaufen. So, da unten haben wir ja. Jetzt müssen wir noch hier unten den Plunder plündern. Und das ist ein Bogen der dunklen Brut. Na gut. Schön. Dann haben wir soweit alles. Ja, und wie es dann weitergeht, sehen wir dann im nächsten Part. Schön, dass du dabei warst. Schön wäre es, wenn du auch im nächsten Part dabei sein würdest. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen schönen Tag. Einen schönen Abend. Viel Spaß und bis denn dann. Tschüss. Tschüss. chewing Untertitelung des ZDF, 2020